Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Warten wir mal ganz kurz, ich muss hier... Okay Leute, ich bin wieder zurück. So. Okay, weiter geht's. Ich zeige euch mal ganz kurz ein bisschen hier so... Ihr wisst ja so die Gilde hier. Firenze, ihr könnt ihn auch abonnieren. Ich meine, ja... Es geht einfach... Ja, hier, also... Unser Toaster, unser Wester. Ja, ich habe gerade ein paar Pizzys gespendet. Alle sind schon weg. Und, ja, ich zeige euch noch mal zu meiner Crip. Das brauche ich noch unbedingt hier. So, tipp, den hier bekommen. Tja, ja, ein paar gute Sachen habe ich hier. Ihr seht, ich brauche besseres Wendel. Waffenbaden gibt es nicht mehr für mich zu suchen. Ähm, ja. Und das Lied, falls ihr es noch nicht kennt, das ist Level Skrillex Remix. Also, ich erfülle es auch euch an. So, wir gucken hier mal. Ja, genau. Ich wollte euch ja noch mal was zeigen. Ähm... Ich habe hier irgendwo... Hier. Voll Epic Equipped. Mit... Ja... Ach, wer war das nochmal? Ja, voll... Fast voll... Ja, auch fast voll ist. Aber, wenn ihr darauf achtet, die haben eigentlich nicht sehr viele von denen einfach, ähm, Dinger und drei Attribute. Ich kann es auch verstehen, weil ihr nehmt ja einfach den, den ihr findet. Ihr nehmt jetzt nicht einfach, äh, oh, äh, ich suche jetzt einfach mal weiter, kauft den direkt, ne, oder spülen, Dings runter, falls ihr es noch nicht wisst. Das ist, ähm, aber warte mal, da muss ich ganz kurz... Ja, ja, schöner Lack. Aber, naja, hm. Ich wollte euch nochmal informieren, dass bald kommt auch ein bisschen MW2 ganz leicht. Also, ja. Okay. Ich glaube, jetzt so langsam melde ich mich schon ab. Das war noch ein kurzes Display, um euch zu, zu sagen, dass, äh, ja, ich bin auch immer aktiv und, nein, ich, 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 ähm, bin nicht schon los. So, ja. Tschüss, tschüss, Leute. Noch viel Spaß.